So, eine weitere Runde. Oh, ich wollte noch den Ton wieder anschalten. Öffne die Option. Irgendwie scheint es heute flüssiger zu laufen, zumindest bisher. Das liegt wahrscheinlich an den Vulcan Shader, die vorhin noch abgedatet wurden. Und ich wollte jetzt Audio. So. So. Do you remember the old war, Operator? Orda seems to have misplaced those memories. So, was willst du jetzt? Ach ja, ich wollte noch Invasionen. Die Porsche. So, verbrauchen wir aufgabe. Ich weiß nicht, was... Ich verstehe ja noch um Russen. Halt. Wir drehen mal hier. Verona. Intuint. Oh, nehme. Intuint. Das ist mich. Ah ja, und ich wäre heute Abend wahrscheinlich... Ich werde noch 20 Euro besorgen. Ich würde noch 20 Euro besorgen. Ich werde noch 20 Euro besorgen. Dann werde ich heute mal schauen... TNT Remastered. Wenn der Linux läuft. Das ist ein Problem, dass ich dann sehen, wenn es läuft, ist... Ich glaube, dass ich dann leider sehen wäre, wenn es Groton-Anti-Cheat-Tools-Racken wäre. Ich habe einen Daumen-Schrotters. 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 Ich bin an der Daumen-Schrotters zu gucken. Wir sind auf dem Daumen-Schrotters. So, das ist eine Invasion und ich muss die Waffe reißen. Die Dreckswaffe leid. Und die Barsen nun leider nicht exklusiv ist. Ach, ich habe jetzt wieder eine Schild-Version in Frametime. Oh, was soll sein? Ah, ich hab's genau gesehen, da wurde irgendwas... ...besprichtig. Jetzt gelagten. Hey, eigentlich was you in. Assassination contract complete. Great work, setup. Uuuuh... ...we can't do that. We 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 can't do that. Operator, messages have arrived in your inbox. Oh, 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 oh. Stalk over there, mich mal wieder stalken. Oh, so, oh, oh. So, da... ...asettla... Oh, bene. Login. Login. Operator. Please return. Covered in. Mobile. Safe and sound. Oh. Ich meine, es hat ohne Invasion weg. Ich mach halt Settler. Nehm an. Scheißegal. Auslösung geht schneller. Dennoch nachdem, warp. Stopp'ом halt dass wo schön... wie schön ist raus kuendt. ... ы There is a large platoon of Grineer Marine station. Leave no one standing. I'm going to kill you. 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 Oh, my God. Oh, no. Oh, no. I'm going to hit him. I'm going to hit him. I'm going to hit him. Das ist anscheinend, wenn ich da schon höre, wenn ich da schon höre. Ach, ich habe mich ja gezeigt. Fuck. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie viele die Explosionen sind. Ich weiß nicht, wie viele die Explosionen sind. Ich habe jetzt einen Special Horn, wie ich... Fuck. Oh, mal ein Eximus dabei. Ach, A12. Was, was diese Cephalide haben, haben wir nicht zurückgekehrt. Sie sind schwer, aber kein Glas ist unbreakbar. War das so? Was? Da ist bestimmt nicht mehr gefehlt Ah ja, jetzt muss ich mit dem Marker Oh, du zack, ich kann mich sehritauseee Ettach!! und Was ist das? Ich höre schon, die sterben alle an Virus-Schaden oder so. Die größten Teilen. So ist es, ich muss mal meinen Bogen im Steck. Was ist da eigentlich? Dieser Explosions-Schaden, wo muss er? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, fang in. Ich habe ein paar Hilf-Pisch. Das war ein Quarkus. Ich bin ein Torn, ich bin ein Tres. Schuss, schuss, schuss. Schuss, 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 schuss. Schuss, schuss. Schuss, schuss. Schönen wir noch 2 So, Ressourcen sammeln Blended Bama ist scheiße Das wissen wir nicht Guck mal Guck mal Ist schon irgendwas anderes, was schön ist? Ähm Äh, was haben wir noch? Ich brauch mal eine schöne Explosivwaffe Was könnte man da denn mal Naja, man spielt mal die Ökris Das ist ein paar Mal jetzt. Okay, du willst jetzt. Uh. Das ist. und 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 drei drei Und das... Also. Geld... Machen wir hier mal schnell. Noch eins rein, und dann... Ein bisschen explosiv scheinen. Dann passt das. Aufwand. So, ja. So, ja. Operator, you have remembered well how the Tenno arm themselves. So, ja, ich bin sehr weit. Ich bin sehr weit. Ich bin sehr weit. So, ja, ich bin sehr weit. Jawohl. Who have we got on the line? Oh, yeah. I don't have a line. Ich bin sehr weit. Ja, ich mach jetzt noch jeden mal. Till then. Mission fertig, und dann wende ich erstmal. Dann mach ich noch schnell was anderes. Und dann... Und... Und... Ich mache... Was machst du denn? Ah, ja. Ich schau mir nochmal... Das Glasmacher-Ding an. Ich hab mich... Letztes Mal scheinbar falsch geraten. Und... Uh... The enemy... In a tower. You must recapture it. Ich bin schon sehr viel bezogen. Ich bin schon sehr viel bezogen. Ich bin schon sehr viel bezogen. We are in total control, fighting. The enemy have captured his sword. Mama. We have control of all four towers. 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 Let's go on the offensive. We have successfully decoded the message. Clear the area. The data you have collected here today will go a long way in supporting our cause. We have control of all four towers. Let's go. 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 Well, let's go. Ah ja. The enemy have taken a tower you must recap We have lost control of it We have lost control of it Now we are going to try to go out and be ready We are looking for a second on the other side Tower lost We are full of hope. Keep fighting. We have captured attack. We are dominating. Keep going. We fought with honor. Ah. Ah, she killed him. Ah. Ah. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will nur noch zwei Fälle machen. So. Schauen wir mal ob wir diesmal richtig raten. Wir haben eine Kümchen-Murder-Mystery. Wir haben eine Kümchen-Murder-Mystery. Wir haben eine Kümchen-Murder-Mystery. Wir haben eine Kümchen-Murder-Mystery. Wir haben die anderen Antworten nicht gesehen. Wir haben eine andere Kümchen-Murder-Mystery. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Was ist ein Schick für die Mutuale Freundschaften? Wie gut du ihn kennst? Wirklich? Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Was ist das? Du hast dich überrascht, wenn du die Krimine und Kriministen bist. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Oh man. Ah ja. So sieht es also aus, wenn man schadet. Jetzt habe ich keine Resonanz mehr. Schöne Scheiße. Fuck. Ja, das kann ja heiler werden. So, ich denke ich bleibe jetzt am Ende des Videos. Weil es in Star Wars wieder drei Stunden bis es hochgeladen ist und hochgeladen ist. Und das mag ich gar nicht. Weil ich will mir heute auch noch meine Konkur besorgen. Und da mal schauen, ob das auf dem Proton-Layer läuft. Und dann... Ich muss das schlusses Video erstmal...